Schaut mal, was Hop-Hop der macht, wer er Tag zur Nacht und was, wenn er sich versteckt, habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop die Eule Haha, eine Spinne Hallo Spechtok-Tok Hast du gehört? Was ist da heruntergefallen? Äpfel Und Äpfel sind Obst Hörst du dieses Geräusch? Was ist das? Das ist das Eulenküken Hop-Hop auf seinem Motorrad Hallo Hop-Hop Unsere zwei Freunde werden Obst sammeln Los geht's Wartet Das ist eine Ananas Ananas ist auch Obst Nehmen wir die mit Oh, ein Schmetterling Der Schmetterling hat sich auf eine Birne gesetzt Jetzt ist er weg Toc 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 Willst du den Schmetterling fangen? Hahaha Der ist schon wieder weggeflogen Ah Hop-Hop hat so viel Obst gesammelt Es muss gewaschen werden Es muss gewaschen werden Hier ist ein Becken mit Wasser Das Wasser ist warm Hop-Hop wirft das Obst ins Wasser Eine Ananas Äpfel Eine Birne Eine Banane Eine Orange Eine Honigmelone Eine Pabemuse Eine Limette Eine Kiwi Eine saubere Orange Eine saubere Orange Eine saubere Banane Eine saubere Birne Eine große Schwere Saubere Ananas Limette Äpfel Kiwi Pampemuse Die Honigmelone Ist sauber und schwer Toc Toc Pack mit an Die beiden Freunde Haben das Obst gewaschen Jetzt kann es gegessen werden Obst ist sehr gut Für die Gesundheit Und schmeckt auch gut Ha 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 He 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 Untertitelung des ZDF, 2020